Herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute teste ich mal Flipper Clip aus. Ich habe jetzt schon einen kleinen Clip gemacht. Guckt euch das an. Ich versuche es zumindest. Weil ich wollte mal auch ein paar Animationen erstellen. Projektnormen nennen wir mal Testprojekt erstellen. Wir machen jetzt einfach mal ganz simpeln Kreis. Das sieht tatsächlich aus. Zack, 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 dicker. Ich werde immer kleiner. Ich frage mich wie das gleich aussieht. Oh, scheiße, ich sehe jetzt schon. Oh, nee. Okay, let's go. The fuck. Das ist auch nicht mal so schlecht, ne? Oder? Was ist Musik? Oh ja, ähm, ich bin mal ein... Scheiße, jetzt habe ich gerade... Kann ich eigentlich einen Arm malen, der sich bewegt? Keine Ahnung. Anfernen, den Läden gemeint. Alle Seiten. Wie geht das überhaupt? Buh. Gute scheiß Frage, Digga. I don't know what... Ah, okay. Anfernen. 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 Anfernen, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Anfernen. 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 gemacht wir machen eigentlich die anderen das ja wie soll ich das jetzt machen an lacht mich nicht dafür aus okay das sieht gut aus okay was habe ich damit gut gemeint er sieht aus wie ein smiley mit langen augen digga wer hat dir unten so lange gezogen denkt euch bestimmt ach ne digga probleme mit flipper clip aber erst mal hey oh scheiße ich hab schon so 1. das sieht so bescheuert aus wir tanzen darf ich versuche es weiter jetzt ist es gar nicht so schlecht oder ich könnte was machen was ist das jetzt ich wusste gar nicht was werden ok ok meine freunde wenn ihr wollt dass ich mehr flipper clip mache einmal gerne liken und abo da lassen und wir sehen uns in der nächsten folge